Ja, schon viel besser! Ja, mach noch mehr Lava, Leute, du Idiot! Das ist ihm egal! Er würde alles tun, um uns zu töten! Natürlich macht er jetzt direkt ein Lava-Löcher! Oh, Mann, ey! Der und seine Drecks-Lava-Löcher! Ja, schon viel besser! Ja, mach noch mehr da, Lava-Löcher, du Idiot! Das ist ihm egal! Ich verstehe nicht, warum es Ausweichen überhaupt gibt. Warum es überhaupt keinen Sinn macht. Ich glaube, wir müssen am besten die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Ja, schon viel besser! Dann sind die Angriffs-Lava-Löcher, du Idiot! Ja, mach doch mehr Lava-Löcher, du Idiot! Das ist ihm egal! Er würde alles tun, um uns zu töten! Oh, komm schon, bitte nicht angreifen jetzt! Hier ist noch ein Lava-Loch da rein! Willst du dich verarschen? Das ist so kacke! Einfach nur vielleicht... Einfach nur liegen lassen, während er den Anglern angreift. Das ist, glaube ich, die bessere Idee. Okay. Ich bin nicht mehr Lava-Löcher, du Idiot! Das ist ihm egal! Er würde alles tun, um uns zu töten! Oh! 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 Nice! 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 Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Das ist auch echt hart, ey. Ja, schon viel besser! Ja, schon viel besser! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ja, schon viel besser! Das ist ihm egal! Er würde alles tun, um uns zu töten! Uh-oh! Oh-oh! 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 Ah-oh! Oh-oh! 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 Ja, schon viel besser! Ja! Das ist ihm egal. Er würde alles tun, um uns zu töten. Genau. Ich hab lassen mich kein Bock mehr auf die Hunde, ich krieg dich wohl zu machen. Wie Leben hat der denn? Auf jeden Fall mehr als Tank. Ja, schon viel besser. Mach noch mehr Lavalöcher, du Idiot. Das ist ihm egal. Er würde alles tun, um uns zu töten. Oh! Oh! Ich hab den Eckt. Oh! 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 Jetzt! Spaß! Oh Gott, jetzt geht's los. Klären wir das mit den Fäusten. Mir hast du nicht drauf! Herz, herrlich! Ich helfe nicht! Danke! Nein! Ach, Nö! Noch ein Stück nach vorne. Boah, der hielt ich halt komplett nach vorne. Oh, Alter, leck mich fett. Oh, Alter, leck mich fett. Oh, Alter, leck mich fett. Oh, Alter, leck mich. Oh, Alter, leck mich. Oh, Alter, leck mich. Oh, nix über Gehen Jetzt ist die Scheiße endlich vorbei, ey Boah, noch nicht ganz, leider Wir müssen hier Sachen rein und rauskommen Stimmt Oh nein Und es gibt kein verdammtes Steuer Gottverdammt Wie wird man denn bloß los? Na los, wir müssen weiter hoch Verschritt der Endlich Jake, los, weiter Hey, da, die Ladung Denkst du auf, was ich denke? Jetzt ja, also los Jerry Lärme Maus Jerry Ach, Mist Jake, hier, eine Passe Ah, woran bares du noch? Bringen wir es zu Ende Los Jerry Wow Oh! Du hast mich gerettet. Weißt das, oder? Danke. Bleh! Tja, das war die Jay-Kampagne. Aber ich glaube, dass wir schon mehr... Nee, so. ...und wir haben einen Weg, um ihn zu beruhigen. Nach Jake's Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Orbert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte. Das war's für heute. Das war's für heute. ...Idiote! Ich hätte 50 Millionen genommen. Ich auch! so alle drei und schafft alter bis 16 14 mal gestorben ach das war scheiße das Leben das Projekt der Kampagne Prozent ja die letzte Kampagne diesmal kommt es dann AIDA später noch die nehmen wir dann einzeln auf jeweils ja und hiermit sage ich erstmal Ciao bis zur nächsten Kampagne Ciao